Moin Leute, Willkommen zu einer neuen Folge dphtmng avi.std Und hier mal, da ging es eigentlich nur um den Start, der jetzt schon vorbei ist, weil er so schnell ging Man muss halt einen Stoppie machen, wie ihr gesehen habt Und dann einen umgedrehten Bunnyhop, also erst nach vorne lehnen, bremsen So dass ihr eigentlich nach vorne fliegt, dabei ja dann aber schnell nach hinten drücken Und so kriegt ihr so einen leichten Schwung nach oben und dann habt ihr schon den Bunnyhop fertig Die Stelle war auch noch ziemlich schwer, da weiß ich nicht, da habe ich das einfach instinktiv Also ihr seht ja unten rechts noch meine Steuerung Könnt ihr euch ein bisschen abschauen, wie ich das genau gemacht habe Aber im Prinzip muss man auch nur einen Stoppie machen und dann kommt man da schon hoch Und da habe ich mich ein bisschen um eingestellt, aber da oben ist schon das Ziel Da kann man dann einfach durchfahren und schauen, dass die bleibt fertig Also ich hoffe, dass es euch gefallen hat, wir sehen uns das jetzt mal, tschüss